Hallo, liebe sich um die Gesundheit Ihrer Tiere ständig Sorgende, kleine Sorgenfällchen zu Hause habende, häufig in Tierarztpraxen sitzende Mitmenschen oder solche, die gesegnet sind mit robusten Tieren, vielleicht auch sogar, obwohl die Katze oder der Hund zu den Qualzuchtrassen gehört. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Wieder eine Folge, um bitterböse Kommentare zu sammeln oder auch Zuspruch von TierschützerInnen. Einige HalterInnen oder Zuhörende sind angegriffen, empört oder auch verletzt. Züchtende sowieso. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich verstehe es ja. Man liebt bestimmte Charaktere, man ist fasziniert von bestimmten Rassen oder auch Rasseschlägen. Mir geht es ja ähnlich und auch hier gibt es Menschen, die mir weit voraus sind und gar keine Präferenzen haben. Alle Hunde und Katzen sind gleich, schön, niedlich und toll und und und. Ich würde dem sogar und eigentlich selbstverständlich zustimmen. Wir sprechen hier von Lebewesen mit individuellem Charakter. Ich kann mich auch für jeden Mix, jede Rasse begeistern und doch schlägt mein Herz besonders schnell und hoch, wenn ich Hütehunde beobachte. Diese Woche geht es aber nicht um Jagd, Herdenschutz oder Hütehunde. Wir sind im Bereich der Begleithunde unterwegs. Jawohl. Und deswegen Hundefans aufgepasst. Diese Woche gibt es wieder ein Hunderasseprofil. Das beinhaltet, ich sage es euch sofort, wir beschäftigen uns in den Rasseprofilen mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen der Pflege, der Gesundheit sowie tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Und deswegen sind wir jetzt alle auch wieder so furchtbar gespannt, voll positiver Vorfreude und wissbegierig wie eh und je. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu, brandheiß, die französische Bulldogge. Und Abfahrt. Geschichte. Auch wenn es viele unter euch vielleicht nicht hören wollen, die französische Bulldogge ist eine Qualzucht. Surprise! Doch nun mal der Reihe nach. Wir fangen natürlich wie immer mit der Geschichte dieser Rasse an. Die Bulldog-Français oder französische Bulldogge gehört eigentlich zur Familie der Moulossa, zu der auch Bordeaux-Doggen und Mastiffs gehören. Moment mal. Dieser kleine Frenchie-Pups. Moulossa? Was bedeutet denn das überhaupt? Der Begriff Moulossa stammt von den antiken Molossianern, einem griechischen Volk, das für seine großen und kräftigen Hunde bekannt war. Heute wird der Begriff Moulossa verwendet, um eine Gruppe von Hunderassen zu beschreiben, die sich durch bestimmte körperliche Merkmale und Verhaltensweisen auszeichnen. Moulossa-Hunderassen sind in der Regel muskulös kräftig gebaut und haben oft einen starken Schutzinstinkt. Sie wurden traditionell für Aufgaben wie Bewachung, Herden, Schutzarbeit und Jagd eingesetzt. Einige bekannte Moulossa-Rassen sind eben, wie ich schon sagte, der Mastiff, Doggen, Rottweiler, tatsächlich auch Bernadina und Dogo Argentinos. Man sieht also, ja, also würde vielleicht nicht auf den ersten Blick ein Bernadina mit einem Rottweiler vergleichen, aber tatsächlich sind sie in der gleichen Gruppe eingeordnet. Und ja, ob das dann auch immer alles so richtig ist, ist nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Aber faktisch ist es so, sie zählen in eine Gruppe. Damit keine Verwirrung aufkommt, der Frenchie ist nicht in dieser FCI-Gruppe der Moulossa aufgeführt, sondern bei den Begleithunden. Dennoch teilt sie uralte Vorfahren mit den Doggenartigen Hunden. Außerdem, die französische Bulldogge ist eine vergleichsweise junge Rasse. Erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde sie gezielt gezüchtet. Es herrscht auch keine Einigkeit unter Fachleuten darüber, welche Rassen in den Frenchies so stecken. Es wird vermutet, dass die ersten Exemplare kleine englische Bulldoggen waren, die englische Weber bei ihrer Ansiedlung in der Normandie dabei hatten. Als die Industrialisierung in Großbritannien fortschritt, wurden viele Menschen aus dem Norden Englands in die französische Region um Nottingham herum verlagert und einige brachten ihre kleinen Bulldoggen mit. In Frankreich wurden diese Hunde weitergezüchtet, was dann zu der Entstehung der heutigen französischen Bulldogge führte. Es wird angenommen, dass die französische Bulldogge aus Kreuzungen von Bulldogs mit Rattenjagdhunden aus Paris entstand. Diese Kreuzungen könnten zu dem charakteristischen Aussehen der französischen Bulldogge beigetragen haben, einschließlich auch des kompakten Körpers, ihres flachen Gesichtes, aber eben auch der aufrechten Ohren. Obwohl die genaue genetische Zusammensetzung nicht bekannt ist, könnte sie neben Bulldoggen auch Einflüsse von Terrien, sagte ich ja schon, aber vielleicht möglicherweise auch von Möpsen haben, also von Pax. 1880 wurde der erste Rasseverein für die französische Bulldogge in Frankreich gegründet. Acht Jahre später, im Jahr 1888, erhielt die Rasse ihren eigenen Standard. Der Stammvater der Rasse war der berühmte Rüde Lupi. In Paris avancierten die kleinen Hunde schnell zum Lieblingshaustier, insbesondere tatsächlich bei den ärmeren Schichten. Später eroberten die Frenchies den europäischen Adel und natürlich komplett die USA. Wegen ihres besonderen Aussehens werden sie dort als Bad Pigs, also Fledermaus-Schweinchen, bezeichnet. Aufgaben Nochmal zurück zu den Anfängen, zumindest fast back to the roots, aber nur fast. Ganz ursprünglich wurden die französischen Bulldoggen ja gezüchtet, um als Begleithunde zu existieren. Und gehen wir jetzt nochmal zurück in das 19. Jahrhundert nach England, nicht nach Frankreich. Da waren diese Hunde in der Arbeiterklasse beliebt, weil die Menschen dort in Industriestätten arbeiteten und diese Hunde dort sehr von den Arbeitern geschätzt wurden, weil sie klein genug waren, um in kleinen Wohnungen zu leben, robust genug, um den harten Lebensstil der Arbeiter zu bewältigen. So, und dann sind sie mit diesen Arbeitern ja nach Frankreich gekommen und da war dieser Hund auch noch nicht fertig in Anführungszeichen gezüchtet. Und in Frankreich wurden die Bulldoggen dann weiter gezüchtet, so wie wir sie heute kennen, die französische Bulldogge. Und dort wurde sie dann auch sehr, sehr schnell beliebter Begleiter für StadtbewohnerInnen, einschließlich aber dann hier KünstlerInnen, SchriftstellerInnen und auch Händler. Ja, die Frenchie war schon immer für ihren freundlichen und anhänglichen Charakter bekannt und deswegen eben auch so gerne als Schoßhund oder Gesellschaftshund gehalten. Und das hat sich ja auch bis heute nicht geändert. Die französische Bulldogge wird heute auch als Haustier angesehen, die nicht so anspruchsvoll ist. Ob das wirklich so ist, da kommen wir noch zu. Und sie hat auch ihre ursprünglichen Instinkte von damals bewahrt. Sie ist bekannt für ihre Wachsamkeit und das war sie damals auch und wurde damals als guter Wachhund angesehen. Gut, jetzt nicht so wahnsinnig bedrohlich, aber schon laut und gebissen werden möchte man auch nicht von der französischen Bulldogge. Genau. Und trotz der kleinen Statur sind französische Bulldoggen sehr mutig. Sie können ihre Familie energisch verteidigen, wenn sie sich bedroht fühlen. Optische Merkmale Französische Bulldoggen, genauso wie Möpse oder auch Boston Terrier und diverse andere Rassen, wurden und werden gezielt nach dem sogenannten Kindchenschema gezüchtet. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Die Zuchtstandards verlangen runde Köpfe mit vorgewölbter Stirn, kurze Nasen, große Ohren, große runde, weit auseinanderstehende Augen. Leider ist diese Optik nur durch eine krankhaft verformte Schädelstruktur möglich, die ernsthafte gesundheitliche Probleme für die Tiere verursachen kann. Trotzdem finden viele Menschen die französische Bulldogge genau deswegen besonders niedlich und begehrenswert. Die großen Ohren sind normalerweise aufrecht und nach vorn gerichtet, was ihnen ein sehr aufmerksames und auch neugieriges Aussehen verleiht. Das Fell der Frenchie ist kurz, glänzend und sehr fein. Die Farben reichen von einfarbigen Schwarz-Weiß-Creme-Braun-Blau bis hin zu getigerten und gefleckten Varianten. Die Beine sind kurz und kräftig, während die Pfoten rund und kompakt sind. Bei vielen französischen Bulldoggen ist die Rute entweder sehr kurz oder sogar fast gar nicht vorhanden. Das ist auch ein optisches Merkmal der Rasse, leider. Die Rute kann als Stummelrute bezeichnet werden und ist oft nur eine kurze, knöchernde Struktur, die eng am Körper anliegt. Die Form der Rute bei französischen Bulldoggen kann also von Hund zu Hund variieren. Es gibt auch Frenchies, die haben eine etwas längere Stummelrute und andere haben halt so gut wie gar keine. Wenn französische Bulldoggen mit einer normalen, längeren Rute geboren werden, dann wurde diese oft einfach bei Welpen kopiert, um den Rassestandard zu entsprechen. Das ist allerdings zum Glück mittlerweile verboten. Dafür wurde die Zucht dann weiter darauf selektiert, dass diese längere Rute gar nicht so häufig zustande kommt. Auch nicht so schön. Französische Bulldoggen haben auch einen muskulösen und kompakten Körperbau. Obwohl sie klein sind, strahlen sie dennoch eine gewisse Robustheit und auch Stärke aus. Ihr Rücken ist kurz und gerade. Ein weiteres auffälliges Merkmal der französischen Bulldogge sind die Hautfalten, insbesondere im Gesicht und am Nacken. Menschen, die mit französischen Bulldoggen oder auch anderen kurzköpfigen Hunderassen leben, neigen oft dazu, die Gesundheitsprobleme dieser Tiere zu ignorieren. Jetzt fühl dich bitte nicht persönlich angegriffen. Vielleicht hast du eine lange Leidensgeschichte mit deinem Mobs oder deiner französischen Bulldogge, dein Boston Terrier hinter dir und hast alles getan, damit sie vernünftig atmen kann. Aber glaube mir, es gibt genügend Menschen, die das Schnarchen ihrer Vierbeiner süß finden und sie interpretieren das Röcheln der Tiere beim Laufen als normal. Bedauerlicherweise ist das aber ein gefälliger Irrglaube, der dazu führt, dass Menschen immer noch diese Hunderasse kaufen und damit das Leid der Tiere weiter fördern. Aber Marike, das wissen wir doch alle mittlerweile, das wissen doch sowieso eigentlich alle Menschen. So viele Berichte im Fernsehen, in den Medien, das kann ja nicht an einem vorbeigehen. Tja, das ist etwas, das ich mich auch immer wieder frage und da gibt es, glaube ich, einfach verschiedene Persönlichkeiten. Die Menschen, denen es schlichtweg egal ist. Die Menschen, die es schon wissen, aber die Augen lieber zumachen. Die Menschen, die es jetzt wissen, sich aber vor dem Kauf damit nicht beschäftigt haben. Die Menschen, die es wirklich nicht wissen. Und die Menschen, die die Probleme wegreden wollen. Manchmal ist es echt schwer zu verstehen, warum es Menschen gibt, Leute gibt, die immer noch nicht begreifen, warum es keine gute Idee ist, eine französische Bulldogge zu kaufen. Ich spreche jetzt nicht von Tierheim oder Secondhand-Hund, ich rede vom Kauf beim Züchter einer Züchterin. Diese Hunde sind so süß und charmant anzusehen mit ihren großen Augen und ihren knuddeligen Körpern. Es ist einfach, sich in sie zu verlieben, ohne sich über die möglichen Probleme im Clan zu sein. Ich denke, ein Teil des Problems liegt darin, dass viele Menschen nicht wirklich verstehen, welche gesundheitlichen Probleme mit dieser Rasse verbunden sind. Sie sehen nur die niedlichen Bilder und Videos in den sozialen Medien und denken, dass sie perfekte Haustiere sind, ohne die potenziellen Risiken zu berücksichtigen. Vor allen Dingen, viele Begleithunde haben diese Probleme oder haben ähnliche Probleme, vielleicht auch andere, sind aber wirklich sehr häufig Begleithunde. Und alle anderen Hunderassen hatten einfach Aufgaben. Früher und heute, es sind Jagdhunde, Hütehunde. Und da sind dann auch die Anforderungen andere. Naja, und dann gibt es noch den Einfluss der Werbung. Überall sieht man diese französischen Bulldoggen, ohne dass über ihre Gesundheitsprobleme gesprochen wird. Und das verstärkt natürlich den Eindruck, dass es einfach nur süße und liebenswerte Begleiter sind, ohne die dunklere Seite zu sehen. Deswegen ist es so wichtig, dass potenzielle KäuferInnen von kurzköpfigen Hunderassen sich bewusst machen, dass diese Tiere oft ein Leben voller Schmerzen und Leid führen. Nicht alle brauchen eine OP, aber sie bekommen vielleicht trotzdem sehr schlecht Luft. Und wenn sie älter werden, wird das alles auch noch mal schlimmer. Und andere Hunde müssen tatsächlich sehr viele Operationen über sich ergehen lassen, um ihre Lebensqualität nur ein bisschen zu verbessern. Und das Ende vom Lied ist dann einfach sehr, 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 sehr viel Geld für ein bisschen besseres Atmen. Du solltest dir daher überlegen, ob du wirklich dazu beitragen möchtest, diese Qualen weiter zu unterstützen und ob du dich für eine gesündere und tierfreundliche Rasse nicht vielleicht auch begeistern kannst. Aber ich greife vorweg, wir kommen noch mal ausführlicher dazu. Erstmal jetzt. Beschreibung. Ja, auch hier mal wieder eine Warnung, wie immer diese Warnung, dass ich zur Vorsicht rate, wenn positive Eigenschaften oder natürlich auch negative einer Rasse genannt werden. Es ist natürlich wahr und nicht abzustreiten, dass Rassestandards auch Wesenseigenschaften beinhalten und viele ZüchterInnen auch nach Wesenseigenschaften und Charakteren züchten, darauf achten. Ein Jagdhund muss schusssicher sein und so weiter. Das bedeutet, wenn er schusssicher ist, dass er auch sonst wahrscheinlich eher unerschrocken im Leben steht. Manche Hunderassen müssen besonders mutig sein. Auch das wird sich dann ja spiegeln im Verhalten des Hundes im Alltag. Das ist klar. Und ein Hütehund muss besonders aufmerksam sein und schnell reagieren, von 0 auf 100 sein können. Das sind alles Dinge, die natürlich irgendwie zu den Rassen dazugehören. Und dennoch kann es immer wieder Ausreißer geben. Es kann immer wieder ein Labrador geben, der keinen Bock hat, was zu apportieren. Es kann einen Hütehund geben, der keine Lust hat zu hüten. All das gibt es. Informier dich und nimm die Erziehung nicht auf die leichte Schulter. Hilf deinem Hund, egal welche Rasse, sich in deiner Welt zurechtzufinden, indem du dich ausgiebig mit der hündischen Körpersprache und natürlich auch den rassespezifischen Eigenheiten auseinandersetzt. Und dann fangen wir auch direkt an mit der Pauschalisierung. Eine französische Bulldogge, die kann durchaus lebhaft und temperamentvoll sein. Dann wackelt der ganze kurze Körper und sie hüpft durch die Gegend und sieht einfach nur zum Verlieben aus. Diese Hunde gelten als außergewöhnlich freundlich und sozial. Aber ganz ehrlich, das kann ich so pauschal tatsächlich gar nicht bestätigen. Vielleicht sind sie es tatsächlich und es liegt an der teilweise sehr schlechten Hobbyzucht unter den oder den VermehrerInnen, die Hunde ohne Verstand produzieren und dann eben verhaltensgestörte Hunde dabei herauskommen. Teilweise eben auch aus dem Ausland. Ein anderer Punkt könnte auch sein, dass einige Menschen es gerne ausnutzen, dass die französische Bulldogge nie ein Arbeitshund war und keine großartigen offensichtlichen Ansprüche stellt. Doch dazu mehr unter dem Punkt Bedürfnisse. Ich könnte hier also ins gleiche Horn stoßen wie viele andere, die eine Rassebeschreibung erstellt haben und Lobhudeleien auf die Frenchie loslassen, beschreiben, wie niedlich sie ist, was für ein großes Herz sie hat. Sie sozusagen Balsam für jede Seele darstellt. Aber ganz ehrlich widerstrebt mir das. Auch eine französische Bulldogge ist ein Hund, wenn auch keiner mit großen vergangenen Aufgaben. Immerhin, und das darf man niemals vergessen, sind sie Vorfahren von Doggen und Molossern. So hat auch eine Frenchie Bedürfnisse und sollte nicht dazu verdammt sein, den ganzen Tag vollgefressen auf einem Kissen zu schlafen und gelegentlich geknuddelt zu werden. Dieser Hund ist viel mehr als ein ulkiges, lebendiges Kuscheltier, auch wenn man seine Existenz ganz allgemein ihm zuliebe in Frage stellen sollte, zumindest so, wie sie derzeit existiert. Es gibt die Frenchie, die einfach nur nett und lieb ist und die den ganzen Tag kuscheln will. Und HalterInnen, die mit so einer Frenchie zusammenleben, werden mir beipflichten, dass sie sehr viel zu lachen haben. Denn witzig kann eine Frenchie auch sein. Ja, sie hat Humor. Hat sie erst mal herausbekommen, wie sie dich zum Lachen bringen kann, dann wird sie das perfektionieren, um dir ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Und man kann sie dann auch einfach nur liebhaben, wenn sie sich lang macht und grunzend sich das kleine Bauch hier kraulen lässt. Ja, sie sind liebenswert, auf jeden Fall. Und bei aller Kritik an der Zucht allgemein, das möchte ich ihr auch gar nicht absprechen. Bedürfnisse Gut, halten wir fest. Französische Bulldoggen sind häufig liebenswerte und treue Begleiter. Sie sind sehr menschenbezogen und lieben es, viel Zeit mit ihren Menschen zu verbringen. Regelmäßige Kuscheleinheiten und Nähe sind für ihr emotionales Wohlbefinden einfach essentiell, da sie sehr soziale Tiere sind und die Gesellschaft ihrer Menschen schätzen. Im Sommer musst du unbedingt darauf achten, dass deine Frenchie einen kühlen Platz im Schatten hat und du musst deinen Hund auch vor Zugluft schützen, da die Augen empfindlich reagieren können. Meist vertragen französische Bulldoggen keine Hitze. Längere Gassirunden solltest du in den heißen Sommermonaten deshalb auf den frühen Morgen oder den späten Abend verlegen. Einige Bulldoggen, einige französische Bulldoggen können lebensmüde Entscheidungen treffen. Hat sie keine anderen, vor allem größere Hunderassen kennengelernt, hast du vielleicht das Pech, dass sie sich mit Hunden anlegt, die nicht in ihrer Liga spielen, beziehungsweise weit über ihrer Liga spielen. Warum sollte der so als freundlicher Hund beschriebene kleine Kerl so etwas tun? Dafür kann es viele Gründe geben und natürlich sind diese individuell. Ein Grund ist die mangelnde Fähigkeit zu kommunizieren. Es kann bei Hundebegegnungen zu großen Kommunikationsschwierigkeiten kommen. Weder hat die französische Bulldogge ein Gesicht, das sich von einem anderen Hund gut lesen lässt, noch hat sie einen Körper, der durch präzise Körpersprache glänzen kann. Gepaart mit vielleicht aufdringlichem oder übermütigem Verhalten kann dem ein oder anderem Hund das sehr sauer aufstoßen und das auch schon von weitem an der Leine. Einige Hunde können auch das Röcheln und Schnaufen, das viele französische Bullys von sich geben, nicht einordnen und fühlen sich sofort provoziert. Mein Hund beispielsweise hat in seiner Welpen- und Jugendzeit keine doggenartigen Hunde mit faltigem Gesicht kennengelernt und fühlt sich von ihrer eher starren Körpersprache, dem watschelnden Gang und dem eingedrückten Gesicht gepaart mit merkwürdigen Geräuschen sofort provoziert. Eine Frenchie kann dann schon mal übermütig werden und zurückstenkern. Das ist auch verständlich, sie muss sich nicht anpupsen lassen, aber ja. Mir ist auch schon oft aufgefallen, dass französische Bullys es manchmal schwer haben, Aggressionen von anderen Hunden zu erkennen. Oder sagen wir nicht Aggression, sondern einfach auch die Körpersprache von anderen Hunden zu erkennen. Sie hat vielleicht, weil sie immer wieder als unkompliziert beschrieben wird, keine Erfahrung mit anderen Hunden gemacht. Auch deswegen kann es passieren, dass sie Gefahrensituationen unterschätzt. Oder, und da kommen wir nochmal auf die Doggen und Molosser zurück, sie mag vielleicht auch einfach keine anderen Hunde, denn ihre Vor-, 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 Urgroßväter, Vorfahren und so weiter haben vielleicht Herden geschützt, wollten keine anderen Hunde in der Nähe haben, waren grundsätzlich eher skeptisch anderen Hunden gegenüber eingestellt und vielleicht trägt sie das einfach auch noch in sich. Umso wichtiger ist hier eine gründliche Sozialisierung und regelmäßige Treffen mit Hunden, zu denen die Franchi eine Freundschaft aufbauen kann. Auch hier, Freundschaft ist etwas anderes als jeden Tag 20 Hunde treffen auf einer Hundewiese und es sind jeden Tag andere Hunde. Auch Hunde gehen richtige Freundschaften ein und für sie ist ein regelmäßiger Sozialkontakt mit einem stabilen Umfeld wichtiger als ständige Kontakte random auf irgendwelchen Hundeauslaufflächen oder an der Leine. Außerdem möchte ich nochmal daran erinnern, dass eine französische Bulldogge keinen Hochleistungssport machen kann. Die meisten können das aufgrund ihrer Anatomie auch gar nicht und übrigens manche französischen Bulldoggen gehen einfach im Wasser unter. Oh, das finde ich auch so schrecklich. Es gibt einige, die können schwimmen, aber sehr viele, die können wirklich nicht schwimmen. Die gehen einfach unter. Auch aufgrund ihrer Anatomie, ihrer schweren Knochen, ihrem zu großen, breiten Kopf, die können ihr Gewicht nicht über Wasser halten. Ja, und dann brauchen sie eine Schwimmweste. Einige besonders kurznasig gezüchtete Exemplare würden auch beim Sport tatsächlich einfach ersticken. Lange Spaziergänge sollten dennoch auf der Tagesordnung stehen. Sie neigt zum Übergewicht und normales Spazieren mit einigen Schnüffeleinheiten draußen wird auch einer Frenchie-Freude bereiten. Bring den Hund auch ruhig mal aus seiner Komfortzone, erlebe etwas zusammen mit ihm und trau dich. Einfache Denksportaufgaben mit ihm zu üben. Der kleine Hund möchte immer und überall dabei sein. Das ist klar, wenn wir uns nochmal die Geschichte angucken und wird schnell zu einem treuen Begleiter. Allerdings mag er es nicht, wenn er nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Bleibt da am besten ruhig und freundlich, zeig ihm aber dennoch seine Grenzen auf. Nur weil er klein ist, bedeutet es nicht, dass er keine Führung benötigt. Bleibt bitte aber immer fair. Führung ist nicht gleichzusetzen mit Macht ausspielen, Gewalt oder Einschüchterung. Einschüchterung. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Tierschutz Relevantes Aber Marike, diese Hunde sind doch so niedlich und lustig. Das sagst du selbst. Ist es denn wirklich so schlimm, eine Frenchie zu kaufen? Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ja. Französische Bulldoggen sind aufgrund ihrer Kurzköpfigkeit und ihrer deformierten Anatomie einem hohen, hohem Risiko für gesundheitliche Probleme ausgesetzt. Durch die stark verkürzte Nase und der viel zu engen Nasenlöcher haben sehr viele von ihnen absolute Schwierigkeit, überhaupt zu atmen. Und das hört man auch. Ja, nicht alle klingen so. Nicht alle haben die gleich starken Symptome. Ich weiß, dass es da Unterschiede gibt, aber alle haben sie einen deformierten Kopf. Französische Bulldoggen sind rassebedingt krank und benötigen oft teure Operationen oder Therapien, um besser atmen oder schmerzfrei laufen zu können. Neben den Anschaffungs- und Haltungskosten können da die Tierarztkosten auch extrem in die Höhe schnellen. Einige leiden unter permanentem Röcheln, wie eben gehört, während andere nur beim Schlafen schnarchen. Auch ihre Fähigkeit, ihre Körpertemperatur zu regulieren, ist beeinträchtigt, weil das auch mit der Länge der Nase zu tun hat, was sie besonders anfällig für Hitzeerschöpfung macht. Es stimmt, dass Plattformen wie eBay, Kleinanzeigen und eine Tierwelt.de und wie sie alle heißen, Maßnahmen ergriffen haben, um den Verkauf von Tieren, die unter Qualsucht fallen, einzuschränken. Diese Maßnahmen wurden aus ethischen Gründen und zum Schutz der Tiere eingeführt. Seit Oktober 2020, glaube ich, haben eBay, Kleinanzeigen oder ähnliche Plattformen ihre Richtlinien verschärft, um den Verkauf von sogenannten Qualsuchtrasten zu unterbinden. Dazu gehören Hunde, die aufgrund genetischer Merkmale, die durch extreme Zuchtpraktiken entstanden sind, gesundheitliche Probleme und Schmerzen haben. Französische Bulldoggen können das haben und fallen deswegen unter diese Kategorie. Jedoch ist es nicht so, dass alle französische Bulldoggen pauschal verboten sind. Vielmehr liegt der Fokus auf der Vermeidung des Handels mit Hunden, die eindeutig unter gesundheitlichen Problemen leiden oder leiden könnten. Ja, und deswegen fordern diese Plattformen Nachweise über die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere, die verkauft werden sollen. VerkäuferInnen müssen oft dokumentieren, dass ihre Hunde keine gesundheitlichen Probleme haben, die durch Qualsucht bedingt sind. Aber die richtige Kontrolle? Schwierig. Wer soll das auch machen? Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Richtlinien verschärft werden, um den Verkauf von Tieren aus Qualsucht zu verhindern. Französische Bulldoggen können betroffen sein, aber der Verkauf ist nicht pauschal verboten, sondern erfordert spezifische Nachweise. Und an dieser Stelle möchte ich noch etwas einfügen. Wir haben Ende Juni 2024. Ab dem Juli 2024 soll ein neues Tierschutzgesetz in Kraft treten. Und vielleicht haben ja auch viele diese Diskussionen darum auch schon mitbekommen in den Medien. Diese Verhandlungen und Diskussionen laufen jetzt schon einige Monate. Viele ZüchterInnen und Hundevereine haben Angst um ihre Rassen gehabt. Mir fallen Schlagzeilen ein wie, wird uns der Dackel weggenommen und ähnliches. Und dazu möchte ich euch etwas vorlesen. Moment. Das kommt direkt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Also, hier steht am Anfang erstmal so eine kleine Zusammenfassung, dass der Tierschutz vorankommt und dass das Bundeskabinett einen Entwurf beschlossen hat und so weiter. Dann ist ein langes Zitat vom Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, dass Tierschutz seit 20 Jahren im Grundgesetz als Staatsziel verankert ist, dass es aber immer noch viele Tiere gibt, die in Deutschland leiden müssen. Und genau, da der letzte Satz in seinem Zitat ist, so will doch zum Beispiel kein Halter von Hund, Katze und Co., dass sein Haustier an Herzfehlern oder schmerzhaften Gelenkproblemen leidet, kaum atmen kann oder sogar früher stirbt. Zitat Ende. Ich lese weiter. Die Änderung umfasst wichtige Bereiche, in denen Tiere gehalten werden oder in denen mit ihnen umgegangen wird. Darunter den Online-Handel, die Heim- und die landwirtschaftliche Tierhaltung und die Haltung von Wildtieren in reisenden Zirkussen. In den vergangenen Jahren sind Forschung und Wissenschaft beim Tierschutz vorangekommen und haben wichtige neue Erkenntnisse gebracht. Diese neuen Erkenntnisse fließen in die Gesetzänderung ein. Auch ein bisschen lustig. Ich glaube, diese Erkenntnisse sind nicht so neu. Ja, und da kommen wir direkt zum Beispiel im Haustierbereich. Das zitiere ich auch wieder. Qualzucht beenden, Doppelpunkt. Die seit langem bestehenden Regeln zur Qualzucht, die bereits 1986 eingeführt und 2013 konkretisiert wurden, werden um eine nicht abschließende Liste mit möglichen Symptomen der Qualzucht ergänzt. Dazu gehören Symptome wie Blindheit, Taubheit oder Atemnot, wenn sie erblich bedingt sind und zu Schmerzen und Leiden bei den Tieren führen. Damit wird der Vollzug des Qualzuchtsverbots durch die Bundesländer gestärkt. Das Züchten gesunder Tiere bleibt erlaubt. Es geht nicht um das pauschale Verbot von bestimmten Rassen. Rückverfolgbarkeit von Anbietern auf Online-Plattformen, Doppelpunkt. Auf Online-Plattformen dürfen Tiere, die Merkmale von Qualzucht aufweisen, nicht mehr zum Kauf angeboten werden. Zudem müssen AnbieterInnen und Anbieter von lebenden Tieren ihre Daten bei der Online-Plattform hinterlegen. Schon crazy genug, dass man das vorher nicht musste. Und dann Ausstellungsverbot. Zusätzlich dürfen Wirbeltiere mit Qualzuchtmerkmalen nicht mehr ausgestellt werden. Kontrollen auf Tierbörsen, Doppelpunkt. Bei jeder Tierbörse, bei der eine Teilnahme gewerbsmäßig tätiger Züchter, Halter oder Händler nach als Anbieter zu erwarten ist, hat während der Dauer der Tierbörse mindestens eine Kontrolle vor Ort zu erfolgen. Die Kontrolle soll auch die an die Tierbörse angrenzenden öffentlichen Straßenwege und Plätze erfassen. Ja, da steht jetzt natürlich noch mehr. Ich werde den Link in die Shownotes einfügen, dann könnt ihr selber noch mehr lesen. Hier steht jetzt noch was in den Zirkustieren oder auch Beispiele im Nutztierbereich. Ja, es ist alles ein bisschen konkretisiert worden, aber so richtig, richtig durchgegriffen wird hier nicht. Und das wird auch kritisiert von anderen Stellen. Ich glaube, der VDA, also der Verein Deutscher Hundezüchter, sagt, dass es blöd ist, weil sich diese Beschränkung dann auf die offiziellen Züchter, also dass die darunter dann leiden werden, aber nicht die Hobbyzüchter. Ich habe mich nicht genug damit beschäftigt zu diesem Zeitpunkt, um da jetzt selber Stellung zu beziehen. Es klingt jetzt erst mal gut, aber es klingt auch erst mal wieder sehr offen. Also so wie es jetzt hier steht in der Pressemitteilung, die ich jetzt vorgelesen habe, klingt es so wie, ja, es gibt halt kein Rassenverbot und wenn die Frenchie halt okay ist, dann ist es okay. Aber okay bedeutet halt vielleicht noch lange nicht gesund. Aber wer bestimmt denn, was gesund ist und was nicht? Das ist für mich alles zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig klar. In den Niederlanden ist die Zucht von französischen Bulldoggen zum Beispiel einfach verboten. Und fertig, Punkt aus. Ich glaube, es hat was damit zu tun, wie lang die Nase ist. Die muss irgendwie ein Drittel des Kopfes sein, dann ist es in Ordnung. Da bin ich mir gerade auch nicht so sicher. Dazu müsste man nochmal eine extra Folge machen, wenn das Tierschutzgesetz das Neue verabschiedet ist und das mal genauer aufdröseln oder vielleicht einen Gast oder eine Gästin einladen, die mit einem darüber spricht und die da mehr Expertise hat als ich. Ich kann nur sagen, so wie die Frenchie jetzt hier rumläuft in unserem Gefilden, ist es nicht in Ordnung. Ja, denn was ich alles jetzt erzählt habe, das war noch nicht alles. Die Augen der französischen Bulldoggen können ebenfalls ein Problem darstellen, da sie oft aus ihren Augenhöhlen hervortreten und dadurch schmerzhaft gereizt werden. Und das kann im schlimmsten Fall zur Erblindung oder zum Verlust eines Auges führen. Ihr deformierter Schädel und die Wirbelsäule führen auch zu Schmerzen, unter anderem wie chronische Mittelohrentzündungen und Fehlstellungen von Kiefer und Zähnen. Im höheren Alter können sie auch unter Haaren und Kotabsatzstörungen leiden. All diese gesundheitlichen Probleme machen das Leben für französische Bulldoggen oft schmerzhaft unangenehm. Die Fortpflanzung ist ebenfalls problematisch, da die Hüften der Tiere oft sehr schmal sind, zu schmal sind, um sich auf natürliche Weise zu paaren. Und deswegen werden die weiblichen Tiere oft künstlich besamt. Und die Geburt der Welpen muss dann oft als Kaiserschnitt erfolgen, da die Köpfe der Welpen zu groß sind und die Hüfte der Mutter zu klein, um eine natürliche Geburt zu ermöglichen. Ich möchte es deutlich sagen, französische Bulldoggen sind eine Qualzucht, die häufig von illegalen WelpenhändlerInnen im Internet angeboten werden. Der Kauf von ZüchterInnen fördert das Leid der Tiere. Stattdessen empfehle ich wirklich, suche ein Tierheim, schaue da, ob du einen Hund adoptieren kannst. Gerne auch eine Frenchie. Gib ihr ein liebevolles Zuhause. Dort warten wirklich zahlreiche Hunde auf eine zweite Chance und ein neues Zuhause. Und ja, es werden eben auch da häufiger mal französische Bulldoggen abgegeben. Allerdings muss man da auch schnell sein, weil die sind natürlich beliebt und auch schnell wieder weg. Dann noch eine Sache, die ich gerne ansprechen möchte. Französische Bulldoggen werden häufig gezielt auf die Fellfarbe Blue Line gezüchtet. Und das blau oder auch graue Fell der Hunde hat zusätzliche oder birgt zusätzliche gesundheitliche Risiken. In vielen Podcastfolgen habe ich darüber schon gesprochen, über das Dilutgen, das für die Farbe verantwortlich ist. Das führt bei vielen Hunden zu starkem Juckreiz, Hautexem, Fellverlust und auch einer sehr schlechten Wundheilung. Folgeerkrankungen wie Herzprobleme, ein geschwächtes Immunsystem treten auch bei Blue Line Hunden sehr häufig auf natürlich. Und auch gibt es eine Korrelation zwischen Dilutgen und das Verhalten. Also viele Hunde mit dem Dilutgen sind unkonzentriert, hyperaktiv oder nervös. Und das hat auch mit diesem Dilutgen zu tun. Ja, das Ganze ist irgendwie alles sehr, sehr traurig. Ich weiß, viele Welpen stammen aus Osteuropa, sind häufig krank, viel zu jung, werden eben im Internet angeboten über irgendwelche Schleusen, also über Menschen, die hier angemeldet sind. Und dort werden die Hunde dann sozusagen hingebracht und von dort dann verkauft. Ja, auch immer noch online, obwohl es ja eigentlich nicht mehr gehen sollte, aber es passiert trotzdem immer wieder. Manche Hunde sterben kurz nach ihrer Ankunft, weil sie so krank sind oder leben ihr Leben lang mit Verhaltensstörungen, weil die Sozialisation einfach nicht stattgefunden hat und sie in jungen Jahren einfach schon traumatische Erlebnisse erleben mussten. Übrigens werden französische Bulldoggen oft in Tierheimen abgegeben, weil die Zuchthunde nicht mehr benötigt werden. Weil die HalterInnen nicht mehr in der Lage sind, die hohen Kosten für Tierarzt, Tierärzte, Medikamente oder Operationen zu tragen. Und wenn du dich dann entscheidest, so einen Hund aus dem Tierheim zu adoptieren, dann kann es natürlich sein, dass du dann diese Kosten hast. Also da musst du dir wirklich sicher sein, dass du das tragen kannst und möchtest. Wie kann ich meine Leistung schmackhaft machen und dennoch kurz und bündig präsentieren? Das ist gar nicht so leicht. Ich versuche es mal. Also, ich bin Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin. In Niedersachsen darf man diesen Beruf nicht einfach so ausführen, auch nicht mit einer entsprechenden Ausbildung. Man muss sich vom Veterinäramt prüfen lassen oder auch alternativ von der Tierärztekammer. Das bedeutet also, ich bin zertifiziert. Ich bin aber auch keine klassische Hundeschule mit einem Platz, Gruppentraining, Welpenspielstunde etc. Ich habe mich auf die Einzelberatung spezialisiert. Da ich aus dem sozialen Bereich komme und mit Menschen mit Beeinträchtigungen gearbeitet habe und auch noch arbeite, weiß ich, wie wichtig Dokumentation und Anamnese ist. Eine genaue Analyse. Wir müssen Verhalten verstehen und dann können wir an den Auswüchsen, den Symptomen und so weiter arbeiten. Ich merke schon wieder, es wird doch länger. Also, auf Animari biete ich verschiedene Beratungen an, von der kleinsten Leistung, der Telefonberatung, bis zu der vierwöchigen Online-Beratung, die natürlich immer beliebig verlängert werden kann, oder auch Haustermine, also Training vor Ort, da wo du es gebrauchen kannst. Das Training wird auf deine Bedürfnisse und auf die Bedürfnisse deines Tieres angepasst. Was ist bei uns bei Animari also anders? Anders ist, dass du alles dokumentiert bekommst. Das klingt langweilig? Nein, nein, nein. Es ist super praktisch, dass du selbst nach einem Telefontermin ein Dokument mit den erarbeiteten Punkten in dein Kundenprofil bekommst. Du kannst dort immer alles, immer wieder nachlesen. Du bekommst auch individuelle Trainingspläne, Fortschrittstracker, die auch persönlich für dich erstellt werden und alles, was du sonst noch gebrauchen könntest. In den Online-Beratungen können wir Videos austauschen. So können wir auch aus der Ferne zusammenarbeiten. Oder du hast zwischendurch Fragen, bist aber im persönlichen Training mit mir. Dann kannst du auch eine kurze Fragestunde zusätzlich dazu buchen oder auch eine Telefonberatung. Du kannst dir so deinen Baukasten, der dir am besten hilft, selbst zusammenbauen. Manche Menschen haben auch einfach Anxiety, Phobien, Ängste und mögen es nicht, wenn man persönlich vorbeikommt. Auch hier greift dann die Online-Beratung. Die Termine buchst du einfach über animari.de. Du suchst dir das Datum und die Uhrzeit aus, den Ort. Du kannst die Termine 48 Stunden vorher auch noch verschieben. Fang zum Kennenlernen einfach damit an, dich kostenlos zu registrieren. Erstell ein Profil von deinem Vier-Pfoten-Begleiter und erzähl etwas von ihm oder ihr. Dann weiß ich schon in etwa, worum es geht. Du kannst auch eine Rasseberatung buchen. Eine Rasseberatung umfasst alles Mögliche. Du kannst in der Zeit, in der die Beratung läuft, alles fragen. Ich helfe dir bei der Vorbereitung, bei den ersten Tipps, woran du auf jeden Fall denken solltest und bin einfach eine Stütze für deine tausend Gedanken. Und natürlich helfe ich dir herauszufinden, welche Art von Feli zu dir passen könnte, was dich wahrscheinlich erwarten wird, worauf du dich einstellen musst. Realitäts-Check coming in. Ich freue mich auf dich. So oder so. Pflege Das Fell der Frenchie ist kurz, glatt und benötigt nur minimale Pflege. Einmal pro Woche sollte das Fell mit einer weichen Bürste gebürstet werden, um abgestorbene Haare zu entfernen und die Durchblutung der Haut anzuregen. Ein Bad sollte nur bei Bedarf gegeben werden, da zu häufiges Waschen die Haut und das Fell austrocknen kann. Die Ohren der französischen Bulldogge sollten regelmäßig auf Anzeichen von Infektionen untersucht werden. Schnüffel mal dran, wenn dein Hund es zulässt. Wenn es so süßlich, häfig riecht, dann ist da etwas nicht in Ordnung. Bei Bedarf sollten die Ohren vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, um Schmutz und Bakterien zu entfernen. Bitte führ nichts ein, also auch kein Wattestäbchen. Lass das, da kannst du deinen Hund sehr schnell mit verletzen. Die Zähne der französischen Bulldogge sollten ebenfalls regelmäßig gereinigt werden, um Plack- und Zahnsteinbildung zu vermeiden. Ja, es ist ein bisschen lästig, die Zähne zu putzen von seinem Hund. Und viele finden das auch übertrieben. Aber glaubt mir, so eine Zahn-OP oder auch Zahnsteinentfernung, das ist ganz schön teuer. Ich weiß, soweit ich spreche. Wir hatten erst letztens deswegen einen Beratungstermin. Zahnpflege kann durch das regelmäßige Bürsten der Zähne, aber auch durch das Geben von Kauspielzeug erfolgen. Aber Kauspielzeug alleine, das wird wohl nicht reichen. Die Krallen der französischen Bulldogge sollten ebenfalls regelmäßig geschnitten werden, um ein Überwachsen zu vermeiden. Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass die Blutgefäße dann nicht verletzt werden, wenn du die Kralle schneidest. Wenn du dir da unsicher bist, lass es lieber von jemandem machen, der sich damit auskennt. Und dann solltest du die Falten der französischen Bulldogge regelmäßig reinigen, um Infektionen auch dort zu vermeiden. Die Falten können mit einem feuchten Tuch oder einem speziellen Reinigungsmittel ausgewischt und danach auch gut getrocknet werden. Eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung natürlich auch super wichtig. Vor allen Dingen eine ausgewogene Ernährung, damit deine französische Bulldogge nicht zu schwer wird, denn sie ist ja eh schon sehr kompakt und hat kurze Beine und vielleicht auch Gelenkschmerzen. Und da ist dann zu viel Gewicht natürlich eher noch mehr hinderlich. Gesundheit Ja, was soll ich sagen? Über die Gesundheit haben wir eigentlich schon ausführlich gesprochen. Die französische Bulldogge ist eine Hunderasse, die durch, ja auch durch viel Inzucht, viel Gesundheit eingebüßt hat. Natürlich auch die gezielte Züchtung auf bestimmte Merkmale haben dazu beigetragen. Das wissen wir aber alles schon. Genau, und da haben wir natürlich die Atemnot, die Bindehautentzündung, die Mittelohrentzündung, Verkrüppelte Wirbelsäule, Darmerkrankung, das sind so die häufigsten Erkrankungen, weswegen diese Tiere eben auch Qualzuchtrasse genannt werden. Tatsächlich können einige französische Bulldoggen unter idiopathischer Epilepsie leiden, die zu wiederkehrenden Anfällen führt und dann eine lebenslange medikamentöse Behandlung erfordert. Dann gibt es oft Dermatitis, das hat allerdings auch wieder mit den Hautfalten zu tun, Futtermittelallergien und sowieso Allergien kommen recht häufig bei französischen Bulldoggen vor, auch Nahrungsmittelallergien oder ja Pollenallergie. Das ist natürlich dann schwierig, wenn sie sowieso nicht gut atmen kann, dazu noch eine Pollenallergie kommt oder eine Hausstauballergie, dann Prost Mahlzeit. Dann haben wir aber auch die luxierende Patella, das ist, wenn die Kniescheibe aus der normalen Position rutscht und das ist sowieso häufig bei kleineren Hunderassen. Tatsächlich auch die Hüftdysplasie, obwohl die häufiger bei größeren Hunderassen vorkommt, kann die Hüftdysplasie auch bei französischen Bulldoggen auftreten. Das führt dann zu einer Fehlbildung des Hüftgelenks, was dann Schmerzen und Arthritis verursachen kann. Französische Bulldoggen können durchaus für verschiedene Herzerkrankungen prädisponiert sein, einschließlich der Pulmonalstenose, eine Verengung der Lungenarterie, die dann zu Herzproblemen führt. Dann haben wir Autoimmuneerkrankungen wie Pemphigus foliaceus, das hat was mit Hautläsion und dann dementsprechend noch Juckreiz zu tun. Und naja, Augenerkrankungen, das sagt man eigentlich auch, das kann jede Hunderasse bekommen, Katarakter, aber auch Cherry Eye, das ist ein Prolaps der Nickhautdrüse und Hornhautgeschwüre. Selbstverständlich solltest du deinen geliebten Vierbeiner impfen lassen und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Tollwut. Rums, der Snorre legt sich auf meine Füße. Guten Tag, bist du geimpft? Jawohl. Dein Hund sollte dazu regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Naja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt dieser Folge. Nehmt es mir nicht übel, ich finde die kleinen Hunde auch wirklich sehr, sehr liebenswert. Das hat damit gar nichts zu tun, hat nichts mit der Liebe zu tun und schäm dich auch nicht, wenn du mit einer französischen Bulldogge zusammenlebst. Es geht hier nicht darum, dich zu verurteilen. Das habe ich ja auch schon, glaube ich, am Anfang gesagt. Aber ich möchte es hier nochmal sagen. Es geht nicht darum, dich zu verurteilen. Es geht nicht darum, dass du dich schlecht fühlen sollst, sondern einfach nur darum, dass andere Menschen, wenn sie vor dieser Entscheidung stehen, vielleicht nochmal so darüber nachdenken können. Oder vielleicht findest du dich ja auch wieder in dieser Folge und denkst so, ja, meine französische Bulldogge ist wirklich genauso wie beschrieben. Wenn deine französische Bulldogge komplett anders ist, ist das natürlich auch völlig legitim oder interessant natürlich auch. Und möchte ich auch niemandem absprechen, dass er sagt, also wir haben diese Probleme alle nicht. Wir haben auch keinen Leinenpöbler und unser Hund ist einfach rundum easy und einfach. Aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Hörenden, der jetzt hier denkt oder die jetzt hier denkt, ja, also tatsächlich, wir haben Probleme mit anderen Hunden. Wir haben vielleicht die Sozialisierung ein bisschen verpasst. Kann man da noch was machen? Ja, und jetzt vielleicht inspiriert sind, das nochmal anzugehen oder sich da nochmal näher zu informieren. Genau. Also nur deswegen mache ich diese Rasseprofile, damit man sich wiederfindet, sich nicht alleine fühlt, damit man fundierte Entscheidungen treffen kann, wenn man noch keine Entscheidung getroffen hat oder es fürs nächste Mal vielleicht auch nochmal besser weiß. Und jetzt die Hunde, die da sind, sollen natürlich ein schönes Leben haben und alles bekommen, was sie brauchen. Und wenn du dabei meine Unterstützung benötigst oder dir wünschst, dann sehr, sehr, sehr gerne. Nächste Woche geht es weiter. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Welt der französischen Bulldogge hat dir gefallen. Ja, es war zumindest informativ oder interessant. Anregungen, Kritik und Wünsche sind natürlich willkommen. Die könnt ihr entrichten, indem ihr eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder ihr könnt mir auch unter animari-official schreiben oder ihr könnt euch registrieren und in die Chatbox schreiben. Also ihr habt mehrere Möglichkeiten. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst beim Streaming-Dienst, bei dem ihr hört oder den Podcast mit den Menschen teilt, von denen ihr glaubt, er könnte ihnen gefallen. Damit würdet ihr mir sehr, sehr helfen. Ihr könnt übrigens auch auf YouTube die Folgen hören. Da lade ich sie auch immer sonntags hoch. Genau. Folgt da auch gerne rein. Lasst ein Abo da, wenn ihr mögt. Ich verabschiede mich von euch, aber vorher natürlich die Wünsche, bevor ich sie vergesse. Ich wünsche euch gesunde Hunde, gesunde Kinder, gesunde Katzen, gesunde Freunde, gesunde Tiere allgemein und natürlich wünsche ich auch dir Gesundheit. Ich weiß, das Leben ist nicht so. Krankheit gehört zu einem gewissen Maße zu dem Leben von uns allen dazu und auch unsere Tiere sind davon nicht verschont, leider. Ich wünsche dir aber, dass du trotz Schicksalsschlägen wieder zurück ins Leben findest, dass du die Episoden der Krankheit, der schweren Zeit, der belastenden Zeit überwindest, rausfindest. Ich wünsche dir, dass du dir keine Vorwürfe machst. Ich wünsche dir, dass dir keine Vorwürfe gemacht werden. Ich wünsche dir Liebe und Unterstützung und einen schönen virtuellen Blumenstrauß. Falls du kerngesund bist und deine Familie, deine Fellis auch, dann hoffe ich und wünsche dir, dass das lange so bleibt. Eine Konsensumarmung an alle, die das wünschen und gebrauchen können und wem das zu viel ist, ein liebes Winken. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit Wow, Ciao und Miau von mir bleibt wie immer Perfectly Pawsome. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.